So, liebe Leute, weiter geht's mit Valheim. Wir sind im Sumpf und zwar im quasi ersten Sumpfgebiet, damit ich mich hier mal ein bisschen umschauen kann und hoffentlich hier irgendwo noch einen Dungeon finde. Bin ich gerade einen Pfeil gehört? Hola? Und dann schauen wir uns hier einfach nochmal ein bisschen um, denn das ist es jetzt, was ich tun muss. Also ich muss, ich muss einfach stärker werden und mich besser darauf vorbereiten, damit das irgendwie klappt. Wiltschwein. So, jetzt muss ich mal eben schauen, ist das da, das ist kein Dungeon. Ja, ja, Schleimling, geh mal weg. Wir müssen einmal, wir gehen einmal hier nach hinten. Ach, der Dungeon da ist noch gar nicht fertig, ne? Sieh ich das richtig? Das wäre natürlich schon mal ein Anfang. Wenn wir da ein bisschen Eisen besorgen könnten. Das würde, das würde längst nicht reichen, weil wir brauchen bestimmt 100 Barren. Mit allem drum und dran. Achso, ich habe die Kampfschwierigkeit jetzt auf sehr einfach gedreht. Die war vorher übrigens auf einfach, was mir nichts gebracht hat. Ich. Ne. Das war knapp, aber Reaktionszeit. Oh yeah. Das muss zu schaffen sein. Es ist zu schaffen, aber es muss für mich zu schaffen sein. Und auch mit sehr einfach werde ich gegen den Boss nicht ankommen, denn wie schon gesagt, das Problem ist, er regeneriert sich. Und da muss ich einfach mehr Schaden machen. Damit ich dann da dranbleiben kann, weil das Regenerieren geht natürlich sehr langsam. Und es gibt auch andere Spiele, wo sich Feinde regenerieren. Aber gefühlt mache ich dann so viel mehr Schaden, dass das schon noch geht und man sich dann halt nicht zu lang fernhalten darf. Also schauen wir mal. So, wir gehen hier rein, Leute. Scheinbar ist hier noch was. Hier zum Beispiel. Oh, das gefällt mir. Wir brauchen Eisen. Okay. Im Idealfall irgendwie da so. Ja. So, was haben wir denn jetzt einmal? Ja, ja, irgendwas. Oh nein, nicht die Viecher. Hallo. Das ist hier gar nichts. Jetzt, jetzt, da. Er wohnt da. Ja, schade. Komm mal nochmal her, bitte. Ich habe noch eine Frage. Also, sie wollen jetzt kein Geld von mir. Ich soll hier nur unterschreiben, dass ich das unterstütze. Hier auf der Straße. Ach, come on. Ich habe nicht so viele Pfeile dabei. Den haben wir. Okay. Kommen wir da vorbei? Yes. Bisschen Gift ist nicht so schlimm. Ist, äh, entgiftend. Oh, die sieht ja cool aus. Okay, warte mal. Bernstein. Ich glaube, so Knochen brauchen wir jetzt nicht mal. Die brauchten wir ja zum Beschwören von dem Otto. Bei der Kette. Irgendwas war mit der Kette. Irgendwas konnte ich damit basteln. Nee, für eins will ich das nicht mitnehmen. Das hängt hier leider immer noch. Wiegt ein Kilo. Ja, ist natürlich blöd, aber... Was ist das? Zwei. Hau das erstmal raus. Wir haben ordentlich Platz noch. Und das führt jetzt einmal rum zu dem Bereich, an dem ich schon war. Oder nee. Vielleicht nicht. Wir nehmen das mal mit, solange wir uns das leisten können. Wenn da jetzt nichts ist, ne? Ein bisschen Eisen immerhin. Wieso? Ah, deshalb. Okay. Das könnte ich mir sparen. Zeig mal her, was haben wir denn hier? Lederkann raus. Bernstein. Wert 100. Wiegt 2 insgesamt. Die Dinger wiegen 10. Okay, da muss ich drüber nachdenken. Und hier haben wir 88. Aber aus der uralten Rinde konnte man... was Gutes basteln, glaube ich, ne? Hm. 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 So, da dürft ihr jetzt mal hinkommen, wenn ihr wollt. Warte mal, sind es nur die beiden? Das ist der Typ und so... und seine Haustier? Rechts höre ich aber auch noch was. Hm. Ah, das wird was. Sehr gut. Super, okay. Was ist mit dir? Was ist das für ein Trick hier? Sehr schön. Okay, das wird natürlich viel zu viel sein. Hier sind sogar noch Münzen und noch Ketten. Das ist so schade, ne? Naja, 79 kriege ich leider nicht zusammen. Mö. Was war es? 21? Nee, gib mir die 21 mal her. Her. Immerhin. Also hier gibt es noch jede Menge Eisen. So ist es nicht... Kann ich definitiv nochmal herkommen und beim nächsten Mal einfach geradeaus durch. Ja, sehr schön. Das ist doch was. Damit haben wir ein paar Eisenbarren und können dann ein bisschen upgraden oder irgendwas basteln, womit wir uns was bauen können. Hier läuft doch jemand. Hier läuft doch was. Ich weiß nicht, was du meinst. Schon okay. 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 So, da hinten ist sie. Ich gehe nochmal kurz zu ihr. Irgendwas muss es da ja geben für mich. Also, schon verstanden, dass es einen anderen Händler gibt, der tatsächlich sinnvolle Sachen für mich hat. Hallo. Ach nee, warte mal. Erstmal zu meinen... Zu den wirklichen Freunden. So, das ist mir wichtig. Jetzt zu dir. Also, Laden. Einfache Tunika, einfache Kappe. Das hat alles keinen Wert für mich. Wunderkerze, eine Eisenschale, ein leeres Gefäß, das darauf wartet, mit Feuer und Anmachholz gefüllt zu werden. Warum sollte ich das holen? Warum sollte ich... Kann ich dann meine Haare verändern, oder wie? Was ist das hier? Verkaufen. Was habe ich denn jetzt verkauft? Ach man, Bernstein und so, das verkauft dann automatisch. Nee. Toller Laden, aber bis bald. Nee. Dann hauen wir ab. Okay, wir gehen zurück. Wir hauen die Eisensachen rein. Kommen nochmal wieder, machen nochmal eine Tour, nochmal eine Tour. Bis wir ausreichend haben, damit wir uns bessere Sachen herstellen können. Und dann gibt es wohl irgendwie eine Möglichkeit zu schauen, wo sich der Händler hier auf dieser Map befindet. Und ja, ich muss jetzt alle Register ziehen, Leute. Ich, äh... Ich habe es sonst wirklich schwer. Drüben ist die Monstrosität. Ich weiß, dass es... So eine Wurzelrüstung gibt. Ähm... Nur, da müsste ich schauen, wie da die Werte sind. Da sind wir ja schon. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Eigentlich bräuchte ich ein bisschen Zinn. Aber gut, eins nach dem anderen. Sehr schön. Das hätten wir. Das beruhigt mich. Da ist jetzt noch ein bisschen Krempel drin. Ähm... Das heißt... Das geht rein. Wie viel haben wir hier? Wir 15. Du hast kein Kohle. Haben wir ein bisschen Holz da? Nee. Hier sehe ich aber schon, hier ist was ein bisschen durcheinander. Folgendes. Das kommt da nicht hin. Wir nehmen das mit. Das passt. Das kannst du da platzieren. Und das da. Dann nehmen wir die 10 hier rüber. Denn die wohnen auch hier. Sehr schön. Dann hätten wir noch weitere Trophäe hier drüben. Ob wir die irgendwann nochmal brauchen? Keine Ahnung. Das können wir ebenfalls mit rüber nehmen. Ähm... Ähm... Harz kommt da hin. Immer ein bisschen Holz. Rein mit dir. Rein er. Oh ja. Keine Gnade mehr. Keine... Gnade mehr. So, was gab es denn aus diesen Eisendingen? Aus diesen Ketten? Irgendwas konnte ich basteln. Aus den Ketten. Sehr gut. Jetzt haben wir 10. Das könnte doch durchaus was geben, oder? Haben wir den Schlamm hier drin? Ja, mach mal rein. Wir schauen mal kurz. Ah, hier. 10 Wurzeln. Dafür müsste ich so ein Vieh nochmal erledigen. Ich glaube, die droppen so 4 oder irgendwas. Ähm... Edelholzbogen. Den haben wir. Warte mal, wir könnten den... Ich weiß nicht, den habe ich, glaube ich, nicht mehr. Wurzel Maske. Schadensmultiplikator resistent gegen Gift. Schwach gegen Feuer. Ja, das ist in dem Bossgebiet nicht so schlimm, obwohl da hinten irgendwelche Feuertypen rumlaufen. Aber wenn mich das besser gegen Gift schützt, verbessertes Bogenschießen, wenn ich alle drei Teile nehme. Da haben wir die Maske. Dann haben wir... Warte mal, wo war das denn? Kürras. Stechen. Und Beinschutz. Aber ich würde mit dem Dings hier anfangen, denn das hätte für mich tatsächlich den größten Wert. Sollen wir mal nachschauen? Hatten wir nicht irgendwo schon Wurzeln gesammelt? Wenn ich es hier bloß eine Möglichkeit gebe, alles ordentlich zu... Ach, acht. Ja, aber da können wir nochmal ein so ein Ding erledigen. Und dann hätten wir das. Oder? Ich dachte gerade, da steht einer. Ey, das ist ein Schatten. Leute. Was gibt es denn hier noch? Herstellung. Genau, hier hätten wir was. 15 Eisen. Okay, die Schmiedeverbesserung bringt mir jetzt gerade, glaube ich, noch nichts. Weil da ist nichts, was ich herstellen könnte, wofür ich das Upgrade brauche. Ah, hier brauche ich Ketten. Oh, das ist aber easy herzustellen. Schmiedeverbesserung. Aber ich würde fast sagen, wir basteln nochmal... Ein paar Feuerpfeile. Und dann schnappen wir uns die Monstrosität, die da rum... Ach, come on. Oh, nein. Maximum herstellen. Wo ist der Button? Maximum herstellen. So. Nein, damit. Da fehlt jetzt die Kohle. Okay. Arbeite für mich. Niemand friert hier. Wir hauen uns hin. Oh, schön so eine Ecke. Neben dem Feuer. Schön warm. Keiner findet mich. Außer man kommt rein, aber... Du träumst, dass du in einem verschneiten Wald spazieren gehst, als du auf ein nacktes Kind stößt. Es sitzt mit geschlossenen Augen an einem Baum und die Brust bewegt sich zum Atmen. Tag 78. Tag 78 einfach. Okay. Sehr schön. So, wie viel haben wir denn jetzt? 15. Damit können wir doch bestimmt schon ein bisschen was basteln. Stridekolben. 20. Hauen. Hauen. Damit... Damit hauen wir. Hauen. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen und dann machen wir das Ding. Damit wir dann hauen können. Ich weiß nicht, was ich mit dem Wort hauen habe, aber irgendwie klingt das... Das klingt so ein bisschen komisch irgendwie. Hauen. Das ist so wie, als Kind hat mich immer das Wort schwindeln fasziniert. Er schwindelt. Aber nicht so positiv. Das war irgendwie so... Warum sollte man schwindeln sagen, wenn man Lügen sagen kann? Oder richtiger Otto. Er schwindelt. Und dann gab es noch schwindelig. Warum heißt es schwindeln? Habe ich nicht verstanden. Er macht uns was... Wer ist? Achso. Na gut, dann gehe ich nach Hause. Tschüss, bis morgen, Jungs. Ja, ich... Ich komme hier leider nicht... Ach, jetzt. Mist. Guck mal, wie die schweren Federn hier raus. Ey, das gibt es doch gar nicht. Lass mich doch hier durch. So. Also, das Ding, dafür brauchen wir dann noch... Wo war das denn jetzt? Hier. Lederreste und normales Holz. Lederreste und normales Holz. Zack. Streitkolben. Bam. Aufwerten mit 10. Okay, da kommt das wieder ins Spiel, dass wir jetzt erst mal upgraden müssen. Hier kommt Holz rein. Und jetzt können wir erst mal alles aufsagen. Wer würde das denn auf den Boden schmeißen? Naja, das ist echt eine Frechheit. Vor allem die Federn. Chef, der Mann kann nicht lesen. Wie? Du kannst nicht lesen. Schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben. Okay. So, wir haben ein bisschen was. Dry. Warte mal. Wir hauen mal Kupfer rein. Während, äh... Ne, wir hauen mal nicht Kupfer rein. Doch, wir hauen mal Kupfer rein. So. Was ist das hier? Glibber. Ja, you know, we have some Glibber around. Ähm... Was wiegt denn die? Zwei. Wir lassen die jetzt mal hier. Wir schauen mal. Also, ich brauche zum Beispiel den Eisenbeinschutz. Dafür allein brauche ich 20. Was trage ich denn sonst noch? Das ist schon Eisen. Das ist Eisen. Das ist Bronze. Also, 20 dafür. Fürs Aufwerten. Ich nehme mal an, dafür muss ich ganz viel raushauen. Ähm... 10, da bestimmt 15 oder so. Also, dauert es ein bisschen. Und dann die Dinge ebenfalls mit 5. Glücklicherweise nur, ähm... Eisen und nichts sonst. Ich überlege, was ich noch hier lassen könnte. Ich denke, die könnte ich hier lassen. Macht jetzt keinen Riesenunterschied. Aber besser als nichts. Der Schlüssel wiegt nichts. Der Hammer... Mit zwei... Komm, wir probieren mal wirklich alles hier zu lassen, was ich nicht brauche. Spitzhacke brauche ich. Gewicht 1. Ja, der Rest ist schon nicht ganz verkehrt, glaube ich. Das hier... Gut, dagegen kann ich leider nichts machen. So, der Papa ist gleich wieder da. Ne, macht's gut, Kinder. Nein, ich bring keine Fruchtzwerge mit. Zwerge ewig nicht gegessen. Stimmt, zwei Tage nicht. So, Leute. Jetzt sind wir mit dem Streitkolben unterwegs. Jetzt will ich hier aber keinen Feind sehen. Oder? Da vorne haben wir einen. Komm her. Sehr schön schnell schlägt der Streitkolben. Der hat eine schöne Frequenz. Wie so ein gutes altes Radio. Da ist die Monstrosität. Die können wir uns auch gleich schnappen, oder? Weil die Maske, denke ich, ist schon nicht ganz verkehrt. Wenn etwas Gift widerstand... Also, ich meine, warum nicht? Klar, ich kann dieses Gift-Dings da nochmal basteln. Aber so alles in allem, alles, was irgendwie hilft. Und dazu zählt natürlich auch dieses Rumstromern hier. Wenn ich da dann einfach ein bisschen geschützter bin. Und an dem Regler habe ich jetzt gedreht. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich die jetzt schneller fertig mache. Ich weiß nicht genau, was der Regler bewirkt. Der heißt Kampf. Und ist jetzt auch sehr einfach. Das ist die äußerste Stufe. Also das Minimum. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr Schaden mache. Oder die weniger. Oder was. Keine Ahnung. Also bisher merke ich nicht so den Unterschied. Mir geht es da in der Hinsicht aber eigentlich nur um den Boss. Also die anderen Feinde sind nicht so das große Problem zum Besiegen. Kann ich den hier ran eigentlich? Oder springen die dann sofort ab? Okay, Labor Sack. Drei, zwei, neun. Kommt, komm, komm. Wir brauchen. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Würde sich, glaube ich, fast lohnen, ein Portal hier hinzustellen. Wobei, wenn der dann durch ist, der Dungeon, dann ist das auch Quatsch. Also dann laufe ich lieber 200 Meter. Das ist ja jetzt noch nicht so schlimm. Das gehört mir mal mit dazu. Haben wir nur die 15? Ne, die Rinde nehmen wir mal raus. Wir holen lieber noch sechs Stück. Jetzt sind wir bei 16. 18. Doch, da ist doch einer. Hallo? Uh. Ah, hier endet der schon. Ach nee, endet immer noch nicht. In a Rine. Jetzt haben wir 22. Ja, das hat ein bisschen was gebracht, Zeug zu droppen. Vielleicht kriegen wir noch... Naja, zwei könnten wir noch hinkriegen. Dann droppe ich irgendwas anderes. Aber ich meine zwei mehr, immerhin. Ey, das ist ja echt riesig groß, ne? Sehr schön. Ja, das wäre jetzt 92, wenn ich das Ding droppen könnte, dann könnte ich genau noch eins nehmen. So wird es ein Kilo zu schwer sein. Ah, wir lassen es kommen. Wir lassen es. Schönes Bild muss sein. Sehr schön. Die Dungeons gefallen mir wirklich gut hier. Da ist ein bisschen was los, so mit diesem Rauch und dem Grün und so. Dieses Farbspiel gefällt mir wesentlich besser als diese Standard-Dungeons. Die jetzt nicht schlimm sind, aber... Also wenn das jetzt ein Wettbewerb wäre, wären die besser. Okay. Wir kommen unserem Ziel näher. Achso, warte mal. Wollen wir das Vieh da noch erledigen? Oder wollen wir das lieber lassen? Wo haben wir das denn? Das war irgendwo hier hinten, ne? Da hinten ist es. Ich glaube, das war jetzt nicht so... Naja, ich sag nichts. Naja, warte mal. Hier kommt der Schleim-Otto erstmal. Da ist er. Stirb, brennen, schleimen. Ah, das ist... Ja, noch ein bisschen da jetzt. Hilf, da haben wir gleich. Ne, 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 komm mal her. Lauf doch nicht weg, ey. Das ist... Der Plan war so einfach. Guck mal her. Ja, ja, ja. Ja. Ausdauer. Oh, nicht hängen bleiben. Komm, komm, komm. Muss ich denn diese Knolle da treffen? Oder was ist hier? Hm. Wir haben den gleich. Eif... Er macht aber wenig Schaden. Vielleicht ist Kampf der Schaden, den ich erhalte. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Renn für mich. Das sollte reichen. Komm, 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 komm. Nein. Jetzt aber. Da ist er da. Zeig mal her. Das brauchen wir. Wildschwein. Maki zufällig ein Wildschwein. Noch mehr davon, sehr schön. Ah, das wiegt wirklich sehr wenig. Das ist gut. Aber sieben reichen. Wir brauchen im Grunde nur zwei für diese Maske. Das soll passen. Und wir sind jetzt direkt um die Ecke vom Portal. Sehr schön. Das soll mir recht sein. Wollen wir hier... Was ist das denn? Ach, ne. Ein bisschen Harz für mehr Pfeile kann nicht schaden. Die Feuerpfeile gefallen mir wirklich gut. Und zurück. Ein voller Erfolg. Rein damit. So, da ist jetzt natürlich noch ein bisschen... Okay, da muss Holz rein. Sehr gut. Okay, wir haben dreimal Eisen. Da haben wir das. Das kommt erstmal runter. Das ist alles okay. Hier oben. Warte mal, haben wir dieses Harzzeug? Oh, wir könnten den Troll-Umhang sogar machen. Ich schätze mal fast, dass ich das in Betracht ziehen sollte. Okay. So, wir haben jetzt dreimal Eisen. So, wir können kurz mal schauen. Troll-Lederhosen. Was haben wir denn da für ein... Ach, hinterhältig. Ach, ne. Warte mal. Hinterhältig wird's. Ah, Rüstung 6. Zeig mal her. Was haben wir denn hier jetzt? Rüstung 3. In Stadtsetzung Level 2. Rüstung 1. Ne, das macht... Ich glaube, das wäre Quatsch. Okay. So, wir können ein bisschen was reparieren in der Zeit. Dann schauen wir uns mal diese Maske an. Metzgermesser. Wie gab's die hier? 10, 10, 4. 4. 10. 10. 10. Sehr schön. Glaube ich. 10. Ist immer noch Kupfer. Wir haben aber auch noch 13 mal Eisen da. Plus die 10, die hier jetzt drin sind. Oder 8 oder was auch immer. Wie sieht das denn noch? Er ist jetzt leider sehr dunkel. Wir gehen mal kurz zum Feuer. Oh, cool. So, das ist jetzt Kohle. Aber das macht nichts. Können wir auch gebrauchen. Zack. So, 4. Wir schauen noch mal ganz kurz, was wir jetzt eigentlich wollten. Das hier brauchten wir zum Beispiel. Dafür brauchen wir allein 20. Das wird jetzt gerade so reichen. Dann werden wir ein bisschen was übrig haben. und können dann möglicherweise das hier aufwerten. Dass wir das dann so ein bisschen steigern. Ach, das wiegt dann auch weniger. Ist ich das richtig? Ne, das Bewegungstempo. Okay. Mhm. Verstehe. Naja, gut. Das wiegt dann natürlich mehr. Ja. Okay, wir hauen uns mal kurz hin. Und dann schauen wir mal, wie viele wir jetzt rausbekommen. Ich glaube, jetzt liegt es ein bisschen an der Kohle, dass das nicht ganz reichen wird. Aber ein bisschen was vielleicht. Guten Morgen. So, genau. Die Kohle. Jetzt können wir das ja alles reinhauen. Zack. Jetzt kann das arbeiten. Und hier haben wir jetzt 10 von 10. Alles klar. Wir sind jetzt bei 8. Das bedeutet... Warte mal. Jetzt können wir doch schon ein bisschen was aufwerten hier. Das Ding zum Beispiel. Ich würde fast lieber das hier einmal aufwerten, weil das noch gar nicht aufgewertet ist. Komm, wir warten mal. Wir warten mal noch ein Dings ab. Wir haben auch noch 7 Mal Eisenschrott. Warte mal. Aus einem Mal Eisenschrott kommt mehr als ein Barren. Kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Okay. So, ein bisschen was zu essen haben wir noch. Das passt soweit. Dann würde ich sagen, können wir hier noch irgendwas platzieren. Hier haben wir noch ein paar Pfeile. Die können hier rein. Wir haben die coole Maske. Der Helm wiegt drei. Warte mal, den packen wir mal. Ja, hier nämlich. Da haben wir den Bronzehelm. Dann nehmen die Dinger mal raus. Dann machen wir das mal so und sammeln hier so ein bisschen die Sachen, die wir für den Fall der Fälle dann haben. So zum Beispiel. Das kann da hin. Das passt auch. Okay. So, dann haben wir jetzt zwei. Gut, das zieht sich jetzt ein bisschen, aber das ist auch bald durch. Dann sind wir da nochmal bei 14 oder so insgesamt. Und dann können wir nochmal ein bisschen was upgraden. Und dann geht es so oder so ähnlich weiter. An den Typen komme ich jetzt noch nicht ran. Ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass ich aufwerte ein bisschen und schaue vielleicht, dass ich irgendwie an den Händler komme. Ansonsten war das doch sehr erfolgreich. Wir haben eine coole neue Maske, die uns jetzt ein bisschen besser schützt gegen Gift. Genau, wir müssen mal schauen, dass wir, wo ich gerade gegen Gift sage, denke ich natürlich an gegen Gift. Aber wir haben den Kessel nicht. Okay. Also, Zinn besorgen, Kessel bauen, Med herstellen gegen Gift und dann weiter aufwerten, mehr Eisen besorgen und dann wird ein Schuh draus, Leute. Bis dahin. Ciao.